Die Reserva 2016, wie gesagt, ist etwas Tolles. Den können Sie neben der doppelteueren Reservas problemlos vergleichen. Wir sind sehr froh, dass wir immer einen Grossteil der Produktion haben können und vorgängig auch die besten Fässer auswählen. 2016 ist eines der besten Jahre seit langem im Rioja gewesen und die Reserva Especial, die für uns gefüllt wurde, gehört sicher zum besten an klassischem Rioja, den man haben kann. Und der Preis ist sehr vernünftig. Ein weichfliessender, fast burgundischer Geschmack, aber nachhaltig, mit viel Finesse. Wirklich eine tolle Sache.